Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und heute ist Freitag, der 16.10.2015, 19.49 Uhr ist es ganz genau. Blicken wir auf den DAX, der hier durchaus etwas schwächer eröffnet, nämlich genauer gesagt 27 Punkte. Nach einer Unsicherheitsphase mit einem Seitwärtscharakter in der Breite von knapp 50 Punkten, letztendlich setzte sich der Markt nicht wirklich durch. Es kam dann zu einem neuen Tageshoch. Hier oben bei der 10.166er Marke wurde die TAX SMA 50 angetestet. Es erfolgte dann hier ein durchaus stärkerer Abverkauf von insgesamt 108 Punkten. Nach der Seitwärtsphase etablierte sich dann hier eine leichte Aufwärtstendenz und da momentan pendelt jetzt der DAX über dieser leichten Bodenbildung heute herum. Alles in allem muss man sagen, auf den gestrigen Schlusskurs gemessen sind wir auf minus 46 Punkten. Auf die heutige Eröffnung gesehen steht er bei minus 33. Also ein etwas schwächerer Tag, aber man muss ganz klar sagen, es bewegte sich eigentlich nichts. Der S&P 500 letztendlich befindet sich da, wo er schon heute war, den ganzen Tag, nämlich in dieser kleinen Range zwischen 2022 und 2030 Punkten. Hier wäre noch eine gute Unterstützung für kleine Long-Positionierungen bis in den Bereich von 2045. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten muss man sagen, gehende Leere. Also leicht bullisches Momentum wäre möglich heute nochmal, aber so volatilitätsarm, wie der sich hier präsentiert, ist das aus meiner Sicht, naja, mehr oder weniger ein Volatilitätstrauerspiel. Also da war ja hier kein Ausbruch zu sehen und eine Range von 7 bis 8 Punkten. Also das geht auch noch besser, muss man klar sagen. Weitere Long-Tendenzen ab 2031 bis 2045, da würde ich dann hier aufs Short switchen. Der Dow Jones, man sieht auch hier heute nach dem gestrigen Anstieg, muss man sagen, soweit ganz okay. Aber also wirklich bewegen konnte der sich auch nicht. Also das war ja mehr als wenig, was er hier präsentierte. Hier insgesamt eine Volatilität von gerade mal 60 Pünktchen für einen Index, der 17.210 Punkte hat, ist das prozentual rein gar nichts. Es gibt eine gute Unterstützung hier im Bereich nochmal von 17.050, würde ich mir nochmal angucken. Falls er bis dahin konsolidiert, kann man da kaufen. Ansonsten Ausbruchsetup von 17.214 bis 17.285 kann man auch noch hier wagen. Ansonsten ist da nicht viel. Ich würde vorschlagen, dass man dann am Montagmorgen nochmal neue Setups analysiert. Heute eher so der Rückblick, weil sich schlichtweg einfach kaum was bewegt hat. Der DAX auch von der Aussicht her, naja, was soll man sagen, nach dem gestrigen Abverkauf zeigte sich heute ein bisschen schwächer. Die amerikanischen Indizes grundsätzlich etwas stärker als die europäischen. Der KAK 40 hat es hier letztendlich nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Leicht bullisch, vor Widerständen, aber kein Ausbruch. So, der DAX heute am Verfallstag, am kleinen Verfallstag ein bisschen schwächer. Aber man hat hier mehr oder weniger einfach kaum gehandelt. Also die Umsätze sind dünn, die Bewegungen sind fast nicht vorhanden. Es war schlimmer als Weihnachten für Daytrader, zumindest zu wenig zu holen. Auch was den letztendlich Goldchart anbelangt, da blieb heute momentan, oder da blieb heute eine Entscheidung aus. Und es sieht momentan danach aus, dass wir hier auch erstmal weiterhin seitwärts laufen. Die Märkte mehr oder weniger im Ruhemodus ausgerichtet. An der 11,91 wäre ich bereit nochmal den Ausbruch zu traden. Aber Gold ist hier eigentlich noch long, vor allem wenn er die Seitwärtsphase Bulle spricht. Ein Setup habe ich auch noch im britischen Fonds, US-Dollar, beziehungsweise zwei Setups. Werden vermutlich heute nicht mehr aktiviert, aber für die nächste Woche relevant. Der Long hier ab 1,5512 oder der Long aus der Korrektur bei 1,5370 mit einem Stop-Loss, würde ich sagen von 1,5303. Das wäre noch eine Variante. Neuseeländisch Dollar, US-Dollar sollte korrigieren, ist dabei so ein bisschen zu konsolidieren. Das war auch so eine der wenigen Währungen, die sich minimal bewegt haben. Das Korrekturszenario hier bleibt aktiv bei 0,6741 bis 0,6684. Und im Euro-Yen sollte man definitiv, das ist das qualitativste Setup, das beste hebt man sicher bekanntlich für den Schluss auf. Das wäre hier der Ausbruch ab 137,60, dann bis in den Bereich von 139,36 oder sogar 141,32. Also wenn von allen Setups gefällt mir das Euro-Yen-Setup noch am besten mit dem Ausbruchscharakter hier. Alternativ könnte man natürlich auch nochmal aus der Korrektur heraus kaufen nach einem Abverkauf. Hauptsache dynamisch sehr, sehr überverkauft und wenn er dann auf die 132,90, 133er Marke, also Yen pro Euro, hier kommt, also mehr oder weniger, wenn er hier runterknallen sollte in einem sehr, sehr dynamischen Momentum, wäre ich hier nochmal bereit Long zu scalpen. Das sind so meine zwei Scalp-Marken. Ich selber habe noch eine DAX Long-Position, eine relativ kleine Long-Position, die habe ich vorhin am Pullback hier aufgebaut. Moment, 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 wir machen alles nochmal neu. Als der Markt hier in diese Hochpunkte gestochen ist und am 61,8er Retracement, das heißt meine Long-Positionen sind mehr oder weniger hier und hier. Und kumuliert bin ich so am 61er rein. Also jetzt noch ganze 21 Pünktchen vorne, aber wenn der weiter noch fällt, dann bin ich gleich plus minus 0. Stop Loss ist unter dem letzten Tief hier. Take Profit kurz vorm letzten Hoch hier oben. Aber das sieht vermutlich nicht danach aus, als ob der jetzt mir hier nochmal nach oben zieht. Wir werden abwarten, wie sich es entwickelt. Ich werde heute definitiv die Positionen schließen. Ja, also ich rechne hier eher damit, dass er sich noch ein bisschen stabilisiert. Wir werden sehen. Das war es von meiner Stelle aus. Ich melde mich morgen, nicht morgen, morgen ist mal die Börse geschlossen. Ich melde mich Montag wieder. Wenn Sie denn mögen, schalten Sie wieder ein. Ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Good trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.